Also der Spray-Workshop ist richtig cool. Ich mache sowas richtig gerne. Das ist richtig schön hier. Mein Bild war halt so ausgerichtet, dass ich die Idee hatte, dass oben ein Schloss hinkommt und eine Person den Weg gibt. Und dann würde ich oben eine Sonne hinzeichnen, die auf dem Weg scheint und die Person sieht dann das Schloss dadurch. Und das ist halt dann die Chance, dass die Person dann halt König werden könnte. Dass quasi gesehen jeder jeden Job machen kann, den er gerne haben möchte. Und nicht nur von Abschluss her so mäßig ist, sondern dass die Person alles ausüben kann, was sie will. Bis zum nächsten Mal.